Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Würfelteller Video. Ja, wir haben da was. Es sind wieder neue Brettspiele eingetroffen. Spretspiele. Genau. Und ja, zwei Stück. Ich habe sogar schon mal was erwähnt zwischendurch. Aber ich denke, wir gucken da trotzdem noch mal rein. Wir haben zwar schon mal privat reingeguckt, aber wir wollen euch noch mal zeigen, was neu in unsere Sammlung eingetroffen ist, dass ihr so eine kleine Vorstellung habt. Fangen wir mit dem hier an. Ja. Eine Erweiterung und zwar Flügelschlag, die Ozeanienerweiterung. Ja, also du darfst gerne mal reinschauen. Das hat den Kroncheck nicht bestanden, sehe ich gerade. Der Deckel ist falsch drauf. Also du darfst gerne mal reingucken. Ich zeige euch schon mal eben kurz, was es noch so gibt, denn ich habe nämlich gerade zufällig hier hinter mir schon die Europa-Erweiterung zu Flügelschlag, die wir natürlich bereits haben. Und wer es natürlich nicht kennt, das Hauptspiel Flügelschlag. Also zu diesen beiden Spielen, also man kann wahrscheinlich auch nur die Ozeanienerweiterung zum Hauptspiel nehmen, aber das hier ist jetzt die Ozeanienerweiterung. Ja, wir haben hier natürlich als erstes mal wieder ganz toll, da freuen wir uns immer riesig drauf, irgendwelche Prospekte vom Verlag, damit wir wissen, was wir noch alles kaufen müssen. Mit weiteren Würfelspielen. Dann, ähm, darf man jetzt ja auch mal dazu sagen, sehr schön beschichtete Anleitungen. Die fühlen sich so richtig toll an, auch wie die Schachtel schon. Und, ähm, da haben wir hier einmal die normalen Regeln und dann noch die Automa-Regeln. Das ist quasi, wenn man als, ähm, man alleine, oh, ist das hübsch, ein, ein Brettspiel hat. Also es gibt Spiele, bei denen funktioniert das Flügelschlag, gehört dazu, dass man die auch alleine spielen kann, ohne Mitspieler zu haben. Ja. Und in diesem Fall heißt das Ganze dann Automat und da gibt es hier nochmal extra Regeln dazu. Ja. Und warum ich gerade so Ork gesagt habe, schon allein ist das nicht wunderschön? Ja. Ja. Ja, nur die Rückseite. Also optisch eins der schönsten Spiele überhaupt. Dann gibt es natürlich noch neue Spielmaterialien. Da seht ihr, schöne neue Futterwürfel mit einer neuen Funktion. Diese rosa abgebildeten Nahrungsmittel, die sind anscheinend neu. Da gibt es ja auch einen ganzen Beutel voll mit, ja, mit neuen, äh, was das jetzt spiegelt, wenn man das mal reinhält, aber, ähm, voll mit neuen Futterplättchen. Also, und das ist dann natürlich auch auf den Vogelkarten, verzeiht, es gibt jede Menge neue Vogelkarten hier. Richtig schön. Hier ist zum Beispiel einer Fläche, also ich kann es ja mal vielleicht reinhalten, da kann man dann sehen, äh, dass da zum Beispiel diese neue Futterart mitbezahlt werden muss. Da haben wir dann zusätzlich zu diesen Vogelbeeren, haben wir noch so eine, äh, ja, so eine rosa, ich weiß gar nicht, wie das genauer Nektar. Nektar. Nektar heißt es genau. Na, also wie gesagt, viele, viele neue Vogelkarten. Wenn man jetzt hier zum Beispiel, sieht, ganz typisch natürlich, wir sind ja in der Ozeanienerweiterung, haben wir hier den Nordost, was? Ein Kiwi auf jeden Fall. Ach, den Nordstreifen Kiwi, Entschuldigung, ich konnte das gerade nicht mit dem Nordstreifen. Und ich lege da jetzt einfach mal so ein paar Karten hin, dass ihr einfach mal seht. Der ist auch schön. Ja, genau, ganz toll, einer meiner Lieblingsvögel, der Kia. Und ja, das ist natürlich auch geil, das ist das allererste Mal, dass es jetzt so einen Vogel bei Flügelschlag gibt, nämlich ein Pinguin. Richtig. Das ist toll. Oder halt auch Vögel, die man durchaus kennt, hier zum Beispiel die Austral-Zebra-Mardine, da werdet ihr jetzt sagen, das ist natürlich ein Zebra-Fing. Und die beiden lohnen sich auch noch mal. Ja, unbedingt, dann haben wir hier ganz bekannt natürlich den Emu. Oder ich liebe ja Kakadus, ja, der rosa Kakadus. Drei Stück gibt es hier insgesamt. Es gibt auch Vögel mit ganz tollen Namen, wie zum Beispiel der Weißkopf-Noddy. Noddy. Ich such gerade auch noch... Ich weiß, was du suchst. Ja, ich weiß. Über den haben wir uns schon ein paar Mal kaputt gelacht. Baustenkopf. Das ist nämlich ein Huhn. Oder hier, der Wellensittich. Oder der Nymphensittich. Hier kannst du mal allgemein die Frage stellen, die du mich schon gefragt hast. Ja, vielleicht weiß das ja jemand von euch. Hier haben wir nämlich einen Vogel, der heißt Tui. Und mich würde jetzt interessieren, ob die Fluggesellschaft oder... Ja, doch, ist eine Fluglinie Tui? Ja, ja, Fluggesellschaft, ja. Ob die ihren Namen eventuell von diesem Vogel haben. So wie Condor ist ja auch... Ja, da ist es ja. Ein Vogelname. Und vielleicht ist ja Tui auch von diesem Vogel abgeleitet. Weiß ich nicht. Und dann haben wir uns totgelacht. Das Thermometerhuhn. Total geil. Und am Beispiel dieses Vogels kann man auch schon sehen, es gibt jetzt eine weitere neue Fähigkeit, nämlich jetzt gelbe Fähigkeiten. Und die werden anscheinend am Spielende erst... Richtig. Wir hatten ja vorher ganz bekannt, also entweder die Vögel mit einem sofortigen Ausspielen-Effekt. Das gibt es auch weiterhin. Braune natürlich, die braunen Fähigkeiten. Dann haben wir die braunen Fähigkeiten hier, wenn ein Vogel im Spiel aktiviert wird. Und dann gab es noch die rosa Fähigkeiten. Ich weiß, ich habe da gerade zufällig eine hart. Ich weiß gar nicht, ob bei diesen Cut jetzt auch rosa dabei sind. Die rosa sind natürlich während des Spiels verlaufen. Wenn ein anderer Spieler irgendwas macht, hat man einen Effekt dadurch. Hier zum Beispiel. Ja, genau. Da haben wir was. Da ist rosa. Und bei den gelben haben wir jetzt zum Beispiel hier am Ende des Spiels lege ein Ei auf jeden Vogel mit deinem... Ich habe schon wieder vergessen, wie die Läster heißen. Haufen-Nest. Haufen-Nest, genau. Nee, keine Ahnung. Also die Neste-Typen, die man ja immer hier sieht. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein Höhlen-Nest. Genau. Und die heißen bei uns einfach Haufen-Nest. Die haben natürlich einen anderen Namen. Ich habe sie mal Eiernest genannt. Das ist ja noch die Sternvögel. Also wer Flügelschlag kennt, der weiß ja um diese ganzen Funktionen. Die erklären jetzt nicht alles. Jedenfalls ein paar neue Sachen sind da auf jeden Fall dabei. Sehr schön. Und neue Eier, die natürlich immer nur farblich ein bisschen was Neues mit reinbringen. Das sind aber so sehr viele Karten. Aber wir haben jetzt auch gelbe Eier. Wir haben es sonst eher so sehr, 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 ja, so blassfarbige Eier gehabt. Also mit hellrosa, hellblau, hellgrün. Und jetzt kommt noch etwas, ja nicht ganz kräftig, aber auch immer einen gelbton dazu. Ja, wir haben einen neuen Wertungsblock. Der ist aber glaube ich auch nur... Der sieht eigentlich genauso aus, als einfach nur so ersatzweise ein bisschen so gelblich angehaucht. Damit es zur Ozeanienerweiterung passt. Aber es gibt tatsächlich neue Spielertableaus. Ja, die müssen wir jetzt mal so in die Kamera halten. Weil die kriege ich hier nicht drauf. Wahrscheinlich kann man nicht allzu viel erkennen. Du kannst ja vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Also erstmal ist die Optik natürlich ein bisschen anders. Wärmere, kräftigere Farben. Ich glaube, es soll halt Nacht oder Dunkelheit sein. Ja, Dämmerung wahrscheinlich. Ja, Dämmerung. Aber ihr seht jetzt auch schon, dass wir zum Beispiel hier den Nektar mit drin haben, ganz links in der Spalte. Und auch die Belohnungen, wenn man die Bereiche zubaut, haben sich ein bisschen verändert. Bei den Eiern zum Beispiel früher, da gab es dann ein Ei, dann ein Ei mit Option ein weiteres zu kriegen. Dann zwei Eier, zwei Eier mit Option ein weiteres zu kriegen und so weiter. Und jetzt dauert es schon richtig lange, bis man drei Eier bekommt. Das ging sonst etwas schneller. Und ja, man hat jetzt halt weitere Möglichkeiten, sich Sachen zu erspielen. Es haben sich ein paar Kleinigkeiten verändert. Ja. Ich bin da sehr gespannt. Wir haben es ja selbst noch nicht ausprobiert. Ich denke mal, das werden wir auch jedenfalls noch spielen, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ich liebe ja Flügel. Genau, neue Aufträge und so haben wir auch dabei. Genau, es gibt jetzt neue Bonuskarten hier, dass man je nachdem, welche man erfüllt, dann zusätzliche Punkte bekommt. Da gibt es jetzt also neue Aufgaben, was man da zum Beispiel machen kann. Hier zum Beispiel, wenn man aufeinanderfolgende Vögel im Wald mit auf- oder absteigender Spannweite baut, also von klein nach groß oder umgekehrt, wenn man das dann drei oder vier oder fünf Mal fortlaufen schafft, bekommt man eine entsprechende Punktzahl, was gar nicht so einfach ist. Und das gibt es also jetzt hier für verschiedene Bereiche. Dann gibt es neue Automa-Optionen. Einzel-Spieler wieder, genau. Automa-Razzi. Wir haben tatsächlich noch nie in Automa gespielt. Nee, also auf dem PC schon. Es gibt da auch wieder eine Online-Variante von dem Spiel. Da habe ich die Automa-Variante tatsächlich schon gespielt. Dann gibt es hier mit dem Nektar, habt ihr jetzt vielleicht gerade gesehen auf dem Tableau, zusätzliche Bezahlmöglichkeiten. Da gibt es jetzt hier die Bonuskarten dazu. Und hier noch so ein paar andere Features. Das Auto-Mars-Futter speichert, das ist für das Auto-Mars-Spiel wieder. Und hier nochmal, soweit ich das sehe, nochmal neue Ziele. Also es ist natürlich, wir setzen jetzt davor raus, dass ihr das Spiel entweder kennt oder euch dafür interessiert. Das könnt ihr mit diesen ganzen Infos natürlich nichts anfangen. Aber wir werden das mit Sicherheit auch mal entweder analog oder digital vorstellen, würde ich sagen. Das Hauptspiel auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie weit wir da auf die anderen Erweiterungen noch eingehen, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Also Flügelschlag ist auf jeden Fall ein Spiel. Nicht nur für Vogel-Liebhaber. Nee. Denn wir mochten vorher Vögel, haben uns jetzt aber nicht so extrem dafür interessiert. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich kann das ja vielleicht nochmal ganz kurz zeigen hier. Ja. Entschuldigung. Wenn ihr jetzt hier so eine Vogelkarte seht, die ja auch im Übrigen alle sehr, sehr hübsch gezeichnet sind. Wir haben hier den Schiefschnabel und ganz unten, ganz klein, da sieht man immer noch so eine Zusatzinfo zu dem Vogel. Und jetzt zum Beispiel bei der Digitalvariante hört man sogar noch seine Zwitschergeräusche. Die Original-Vogelsounds verändern. Das ist eigentlich ganz klar. Hier also sind immer total viele Infos mit drauf, wunderschön gezeichnet. Und schon alleine für diesen vielen, vielen Karten, das sind wirklich eine Menge Karten, lohnt sich dieses Spiel. Wir haben doch sogar schon gehört, dass es eine Handy-App gibt, wo man jetzt auch bei dem analogen Brettspiel, wenn man das Handy draufhält und ihr habt die App installiert, dann spielt es tatsache den Vogelsound ab. Also das ist auch eine schöne Sache. Finde ich echt eine tolle Idee. Also das, falls wir das mal irgendwann in einem Video zeigen, dieses Spiel, dann werden wir das mit Sicherheit machen. Finde ich echt eine tolle Sache. Das kann noch dazu. Die wichtige Werbung. Die wichtige Werbung, ja. Sehr schön. Ja, das war wie gesagt unsere neue Errungenschaft, Flügelschlag, die Ozeanien-Erweiterung. Aber wir haben noch ein weiteres Spiel. Da freuen sich die Steffi schon besonders drauf. Können wir auch vorstellen, dass wir das jetzt in allzu naher Zukunft ausprobieren werden. Nämlich Harry Potter. Und zwar nicht das Spiel von Cosmos Kampf um Hogwarts, sondern dies heißt Ein Jahr in Hogwarts von Topic Games, heißen die, ne? Topic Games, ja. Richtig, ist wohl rausgegeben worden bei Asmodee. Mhm. Jetzt endlich auf Deutsch. Und wir können tatsächlich zum Spielablauf gar nichts sagen, weil wir haben es noch nicht gespielt. Wir können euch jetzt nur das Material zeigen. Ja. Und das ist geil. Das sieht gut aus. Das sieht richtig geil aus. Auch dieses Spiel lässt sich tatsächlich wieder alleine spielen, steht hier. Also eins bis acht Spieler, also da könnt ihr ordentlich Leute nach Corona einladen. Es ist nicht allzu schwierig, so wie es aussieht. Hier steht ab sieben Jahre und da dauert 30 oder 60 Minuten. Dann kommt es wahrscheinlich auf die Spielerzahl an. Ja, wahrscheinlich. Vermut ich mal. Ich stelle das mal irgendwo hier vorne so ein bisschen hin, dass wir das mal ein bisschen erkennen können. Ja. Nee, geht nicht so. Nee, geht nicht so. Oh, guck mal. Ach Gott. Ja, ich packe es weg. So, wir haben einfach eine schöne Anleitung. Richtig. Auch hier sehr schön am Anfang schon mal hier der Brief von Hogwarts. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie nunmehr, blablabla, das wisst ihr ja schon alles. Und es ist eine durchaus umfangreiche Anleitung. Und es scheint so zu sein, als kann man in diesem Spiel sehr, sehr viele verschiedene Sachen machen. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein, was wir da alles so angeboten bekommen. Jetzt wird es nämlich interessant, das hier ist die Rumtreiberkarte. Wer die Romane kennt. Die Karte des Rumkreiders, das ist unser Hauptspielplan, soweit ich das so. Genau, da setzen wir. Also es gibt ja tatsächlich so viel Figuren, mit denen wir uns auch auf dem Feld, auf den Karten lang bewegen. Können wir gleich mal gucken. Da gibt es ja einige spielbare Charaktere. Anscheinend gibt es ja noch so verzweigte Orte, wie zum Beispiel die Winkelgasse, die wir anscheinend auch irgendwie erkunden können. Ich weiß nicht, ob das jetzt extra Missionen sind oder wie das dann vonstatten geht. Da muss man doch mal gucken, weil wir haben zum Beispiel auch ein Quidditch-Feld. Und alles auch schön stabil, nicht so labbrige. Die sind wirklich sehr stabil. Also richtig schön, auch unten noch schön beschichtet, dass da nichts rumrutscht und so weiter. Und schlicht gezeichnet tatsächlich, wenig Farben, aber... Ja, aber schon so auch in diesem Harry Potter-Stil, wie halt die Karte des Rumtreibers gezeichnet war. Also sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Und hier seht ihr, wir haben noch nicht mal die ganzen Sachen ausgedrückt. Also da sind jede Menge Symbole hier, die man da irgendwie noch benutzen kann. Forks war da zum Beispiel bei und noch einige Charaktere, die man halt aus den Büchern kennt. Übrigens mit den Illustrationen der Filme, bietet sich ja natürlich an. Wobei, ich finde die Filme ja auch gut, muss ich sagen. Ja. Allerdings, ja, mit Einschränkungen. Aber ich mag die Filme sehr, wobei ich die Bücher halt noch lieber mag, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier, eine Stilmenge Punkte, Marker und irgendwelche... Ob das der Trimagische Pokal da unten ist, ich weiß es nicht. Oder ob das Diptam-Kraut ist. Ich gucke hier gerade mal, was wäre... Die Fachexpertin Diptam und Pokal, oder was ist das? Oder es ist Dianthus-Kraut vielleicht sogar. Eigentlich sieht das aus wie Schleim. Es ist Schleim, grüner Schleim. Nein, ich kann es jetzt ganz schlecht erkennen, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel, um da mal ein bisschen zu gucken, wir haben hier Knochen. Wir haben hier das Schwert von Gryffindor. Ich überspringe schon die Sachen, die ich gerade nicht auf Anhieb zuordnen kann. Der Zeitumkehrer hier oben. Dann hier natürlich das Zeichen der Heiligtümer, Fluffy's Harfe, der Älterstab. Das dürfte der Nimbus sein hier, oder? Ja, richtig. Und das ist der Feuerwitz. Ja, es ist leider nicht im Bild. Deshalb, es geht nur bis hierher. Du kannst ja so theoretisch drehen. Ja, das kann ich auch. Das hier müsste der Nimbus sein, kann man jetzt schwer sagen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Medaillon von Slytherin. Und ja, hier haben wir noch eine weitere Karte, wo wir noch ein paar Orte aus den Büchern haben. Und unter anderem auch Hogsmeade. Kannst du auch gleich nochmal, kannst du da 1, 2, 5 zeigen. Sieht jeweils sehr schön aus. Sieht man jetzt leider nicht alle. Wir haben jetzt mal den Forest of Dean, bekannt aus dem siebten Teil. Da haben sich ja Harry, Ron und Hermine eine Zeit lang aufgehalten. Das Herrenhaus der Malfoys, das auch im siebten Teil vor allem vorkam. Der Fuchsbau, der Grimoireplatz Nummer 12 natürlich. Ich muss das jetzt mal eben ein bisschen hier noch drehen. Hogsmeade haben wir hier noch. Die Gringottsbank. Und dann hier, wenn wir das jetzt mal kurz umdrehen, dann steht es vielleicht bei euch auf dem Kopf. Aber ja gut. Das Zaubereiministerium, die Halle der Prophezeiungen. Und hier oben zu guter Letzt noch der Friedhof von Little Hangleton. Der natürlich im vierten Band relevant ist. Und hier haben wir die ganzen Spielbahn Charaktere. Denn wir können hier nicht nur unsere Hauptfiguren, wie Harry, Ron und Hermine und so spielen. Sondern teilweise auch Bösewichte. Also es gibt... Das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen noch nicht, was wir davon wirklich spielen können. Oder was vielleicht ein Gegenspieler ist. Weil wir haben uns ja die Anleitung noch nicht angeschaut. Das ist schon richtig. Aber wir haben hier Spielertableaus. Und da sind auch Bösewichte bei. Ja, das ist richtig. Also, ne? Also wir haben hier Harry natürlich, Hermine. Aber wir haben hier auch Luna. Moment, vielleicht suchen wir es vielleicht ein bisschen besser. Cedric Diggory, Neville Longbottom. Und weiter unten haben wir hier noch Peter Pettigrew. Wir haben Voldy. Wir haben Bellatrix, Lestrange, Lusos Malfoy und Barty Crouch Jr. Dann hier noch Narcissa Malfoy und einen Todesser. Und diese drei hier, diese hinteren drei, die sind ein bisschen anders dargestellt. Die haben nicht diesen farbigen Hintergrund. Da wissen wir noch nicht, ob die dann wirklich gleichwertig zu behandeln sind. Wir müssen uns das Spiel halt erst mal anschauen. Hier haben wir zum Beispiel Spielertableaus, wo auch zum Beispiel Voldy dabei ist. Und mit anderen Fähigkeiten hinten ist dann Peter Pettigrew drauf. Also viele, viele verschiedene Leute, die man hier auch schon spielen kann. Ja, gerne. Hier so ein bisschen Material. So kleine Punkte-Marker und Herzchen-Marker, die wir alle noch ein bisschen ausdrücken müssen hier. Aber es ist hier sehr viel Spielmaterial. Teilweise Vorder- und Rückseite. Bei den Hauptcharakteren haben wir nur eine Vorderseite. Schöner Stoffbeutel, das mag ich auch immer sehr gerne. Hier auch so für Liebhaber, immer schönes Haus. Hier haben wir Ravenclaw, jetzt hätte ich mal einen Hufflepuff gesagt. Ravenclaw für Luna Lovegood natürlich. Oder hier Gryffindor für Hermine. Und wir haben ja auch ganz, ganz viele Slytherins. Wie zum Beispiel Narcissa Malfoy natürlich. Und einen Hufflepuff haben wir dabei. Das ist Cedric Diggory. Wir sehen schon hier, es gibt Zauberkarten, es gibt Trankkarten, es gibt Buchkarten, es gibt Gegenstände für Missionen, es gibt Hauspokalpunkte. Es gibt besondere Fähigkeiten, Angriffsresistenz und so weiter. Also da steckt richtig, richtig viel drin in dem Spiel. Wir haben ja gesehen, man kann Quidditch spielen und es kommt jetzt noch jede Menge Schiedkram dazu. Ganz, ganz viele Missionskarten. Zum Beispiel, rette deinen Schatz aus dem See. Also ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich alles, es geht wahrscheinlich darum, irgendwelche Aufträge zu erfüllen in diesem Spiel. Ich weiß es halt nicht, das werden wir dann irgendwie alles erfahren. Erlange die Prophezeiung habe ich hier zum Beispiel noch. Was haben wir hier noch? Zerstöre, den dritten Horcrux, Stielhelder-Haffelpapps-Becher und alles so eine Sachen sind sie, ja? Also auch teilweise wirklich Sachen, die man vielleicht dann doch eher aus den Büchern kennt. Ja, schon. Aber natürlich auch ganz bekannte Sachen, wie zum Beispiel Finde den Stein der Weisen oder Entkomme Aragog. Besiege den Basilisten. Das sind alles ziemliche Brecher, ne? Ja, schon. Wehre den Wehrwolf ab, vertreibe die Dementoren. Ach, leicht ist die Übung alles. Nochmal fünf schlichte weiße Würfel haben wir hier noch und jede Menge Karten. Ja, rote Karten sind, glaube ich, so Verbündete oder so. Bei Dolores Umbridge, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, aber jetzt sind das Menschen. Ich hasse Dolores Umbridge. Ja, ich auch. Hier sind Menschen bei. Da ist hier das Inquisitionskommando. Ja, ein paar Minuten. Ja, dann gebe ich dir mal, ach so, willst du die roten? Ja, einfach mal ein bisschen. Hier haben wir auch nochmal Missionen, sehe ich, kriege ich auch wieder Missionen drauf. Meine Güte. Boah, da sieht man es hier schon, minus 40 Punkte, minus 25 Punkte, da hat man, minus 5 Punkte, mein Gott, minus 10, also richtig schon und unheimlich viel, also es sind wirklich viele Karten von jeder Sorte, man hat sich da sehr viel einfallen lassen, damit es möglichst abwechslungsreich wird und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Sorten von Karten hier, genau. Sollten wir jetzt vielleicht nicht alle im Detail zeigen, aber es gibt also rote Karten, es gibt orangene Karten und also das eine sind dann Zauberkarten, Trankkarten, Buchkarten und so weiter. Ja. Und hier zum Beispiel, das sind Verteidigungen wie die Künste Karten hier irgendwie. Ja genau, steht ja auch immer drüber hier, Missions, ach das sind Missionskarten hier. Ja, auch nochmal wieder, deswegen wundere ich mich auch mal. Skele Wachs zum Beispiel, Flappertrank, Berita Serum, hier, zack. Und dann haben wir hier noch wieder Charaktere, hier ist Fawkes, meine Goethe, das ist ja Dobby, der Portschlüssel, unterwegs im Schloss. Also vielleicht ist das so eine Art Ereigniskarten oder so. Ja wahrscheinlich, also es ist natürlich ein bisschen blöd euch ein Spiel zu zeigen, von dem wir selbst noch gar nicht wissen. Nein wieso, das ist was Neues. Aber ich bin wahnsinnig gespannt drauf, das ist ja auch voll mein Thema hier, Herr Rucotter. Dann gibt es hier blaue Karten, schwarze Karten, weiße Karten und gelbe Karten. Also es gibt so viele, ich weiß nicht, ob du da was von zeigen möchtest. Jedenfalls haben wir sehr, sehr viele Karten, ein kartenlastiges Spiel. Und ja, wir sind sehr gespannt, wir sind ja beide Harry Potter Fans. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu unscharf ist hier alles. Und deswegen, mal gucken, vielleicht spielen wir auch heute noch ein Ründchen. Würde mich ebenfalls freuen, wenn du Lust hast. Ja, sehr, sehr gerne. Bin da echt gespannt drauf, muss ich schon sagen. Wobei wir heute auch noch die Videos bearbeiten müssen zumindest. Also die müssen wir nicht, aber ich würde zumindest schon auf den Rechner ziehen. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt praktisch unsere beiden neuen Spiele. Das ist alles, der Beutel habe ich schon. Beutel habe ich schon. Ja, die Standies für die Karte. Ja, damit ist der Karton leer. Es ist eine Menge Zeug. Es ist hier sehr, sehr viel Zeug hier drin. Auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Und ja, zwei Spiele. Es hat wohl auch recht gute Kritiken bekommen. Ich habe da nicht viel von gehört. Das hast du mir eigentlich selber gesagt gestern. Habe ich das, ja. Wenn ich doch mal kurz hier, also vielleicht, damit ihr mal ein bisschen Info zum Spiel habt. Ein Jahr in Hogwarts tretet ihr als junge Hexen und Zauberer aus den Häusern Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin an, um die meisten Punkte für den Hauspokal zu verdienen. Erlebt Harry Potters Abenteuer aus den Büchern und Filmen hautnah mit. Reist nach Hogsmeade, schlendert durch die Winkelgasse und sammelt verzauberte Gegenstände. Dabei begegnet ihr gefährlichen Gegnern in Missionskämpfen und nutzt euch auch gegenseitig duellieren. Setzt eure Tränke und Zauber geschickt ein, um eure Angriffe zu verbessern und euch zu verteidigen. Schlüpft in diesem magischen Wettstreit um den Hauspokal in die Rollen der beliebtesten Heldinnen und Helden wie Harry, Ron, Hermine, Luna, Neville, Draco, Genie und Cedric. Dabei könnt ihr sogar in Teams gegeneinander antreten und auch eine Solo-Variante ist dabei. Die ganze Saga wird anhand von 30 Missionskarten und spannenden Quidditch-Matches zum Leben erweckt. Die Schwierigkeit und Länge könnt ihr dabei nach euren Wünschen anpassen. Das finde ich sehr schön. Mit der optionalen Variante Voldys Rückkehr, nein Voldemorts Rückkehr, gibt es noch mehr zu erleben. Schließe dich den Todessern an und verhilfe dem dunklen Lord zur Rückkehr oder stelle dich ihnen als Helden entgegen und zerstöre die sieben Horkruxel. Da ist aber eine Menge Zeugs drin. Da ist echt viel. Dir appariere und benutze Flohpulver und Portschlüssel. Spiele Quidditch und fange einen goldenen Schatz. Schnatz. Schatz, Schnatz. Ich freue mich drauf, da ist richtig, richtig viel drin. Muss ich auch sagen. Wahrscheinlich kann man da echt viele Varianten spielen. Das sind ja alles anscheinend viele, viele Missionen. Ja. Das kann man ja gar nicht alles in einem Durchgang ausprobieren. Also Wahnsinn. Ich bin echt gespannt. Ich muss jetzt auch ehrlich mal sagen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Aber das Material ist top. Es ist robust. Also diese Tablos, die Spielertablos, die sind ein bisschen dünn. Aber es ist noch okay. Aber hier die ganzen Spielpläne, das sind richtig ordentliche Platten, sage ich mal, schön beschichtet auf der Rückseite. Schöne Karten. In einem angenehmen Format. Ich mag das nicht immer, wenn die Karten so ganz klein sind. Das sind wirklich schöne Spielkarten. Sehr schön gestaltet mit den verschiedenen Farben und Schriften. Und auch hier schöne Plättle noch und so weiter. Also das ist wirklich alles sehr, sehr ordentlich gemacht. Sehr liebevoll gestaltet. Und da bin ich wirklich richtig gespannt drauf, wie das wird. Ich auch. Ich fand, das war ein schönes Unboxing. Ich auch. Zwei neue Spiele in der Sammlung. Mal gucken, was da dieses Jahr noch so reinkommt. Wir wählen uns auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir in den Genuss, dieses Jahr vielleicht nochmal auf eine kleine Messe zu dürfen. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht wäre es schön. Haben wir eigentlich erwähnt, was das gekostet hat? Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Ich auch nicht. Ich sage mal ganz grob zwischen 30 und 40 Euro. Bei dem sind es glaube ich 20 bis 30. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich meine, dass es irgendwie so um die 35, 38 Euro war, Harry Potter. Und ehrlich gesagt, das war mir egal. Weil ich habe gesehen, Harry Potter-Spiel auf dem Markt schaut gut auskaufen. War mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Es soll ja auch wirklich gut sein. Und Flügelschlag, das ist ein moderater Preis für diese Erweiterung. Wer Flügelschlag mag, der wird um die Ozeanienerweiterung nicht rumkommen. Nee, das ist auf jeden Fall eine teile Sache. Die müssen wir auch noch mal ausprobieren. Ja, wir haben viel zu tun. Ich hoffe, ihr habt auch was zu tun in Form von Spielen. Dann tut das bitte. Und wir sehen uns dann demnächst auf diesem Kanal wieder, hoffe ich doch. Das hoffe ich auch. Ja, gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.